Keine Last! Okay, wir können sogar noch eine 40 Jahre richten. Arbeit! Immer nur Arbeit! Ja! Oh, oder wir kriegen die Nahrung so. Ja, weil mehr Truppen können wir nicht. Wir haben keine Baupläne. Also wir können kein großes Haupthaus, um den Zarrach-Titanen zu rufen, also den Ork-Titanen. Wir können nur Welle um Welle gegen sie werfen, in der Hoffnung, dass ihre riesige Armee kleiner wird und nicht wieder anwächst. ... 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 Great Fireball. Mit den Lava-Vetern haben sie sich auch gerade die richtige Zuflucht da gesucht. Mit den Lava-Vetern haben sie sich auch gerade die Zuflucht. Ja, und dann später noch die Drachen hier ausräuchern. Gucken, was es bei denen noch gibt. Gucken, was es bei denen noch gibt. Gucken, was es bei denen noch gibt. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Ich rieche Blut. Vorsicht, Gegner! Okay, sie haben mich entdeckt. Stand halten, Männer! Wir werden angegriffen. Geht schon auf halbem Weg. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Nein, nein, ihr haltet euch nochmal zurück. Die Linien müssen halten. Tue, wie wir fuhlen. Okay, greift an. Vorwärts, vorwärts! Zu den Waffen! Die Linien müssen halten! Wo sind die Gegner? Die meinen es ernst. Runenkrieger! Bin schon auf halbem Weg! Ein Gegenangriff! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Clanbrüder zu mir! Die meinen es ernst! Erst Toten? Ein Gegenangriff! Nicht zurückweichen! Wir werden angegriffen! Für den Clan! Tote in Feinden! Zu den Waffen! In Deckung! Die Linien müssen halten! Das Tue, wie wir fuhlen! Wo sind die Gegner? Schnell! Nicht zurückweichen! Was liegt an? Vorwärts, vorwärts! Okay, Wunden lecken. Sieben Totems haben wir verloren. Stand halten, Männer! Runenkrieger! Zu mir! Wir haben... Wie viel Speerträger? Vier Speerträger verloren. Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Noch mehr Truppen verloren. Was? Das ist ein Hinterhalt! Für den Clan! Vorwärts, vorwärts! Bin schon auf halbem Weg. Ach nö, 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 nö. Krieg, wer sind die Gegner? Kein Wurde, dass niemand ankommt. Zu den Waffen. Was liegt an? Tue wie befohlen. Die laufen alle durch die Basis durch und sie werden abgeknallt. So ein Mist. Krieg. Das ist ein Hinterhalt. Runenkrieger, zu mir. Okay, vier Speerträger fehlen. Dacht vor den Anderen, ja. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Stand halten, Männer. Das ist ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Ich versuche hier, sie einzeln zu dezimieren. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Stand halten, Männer. Stand halten, Männer. Wir werden angegriffen. Stand halten, Männer. Stand halten, Männer. Wir werden angegriffen. Zu den Waffen, wir befohlen. Ich rieche Blut. Wir werden angegriffen. Okay, da kommen zu viele, oder? Ja. Das ist ein Hinterhalt. Was wird an dir befohlen? Für den Klan. Bin schon auf halbem Weg. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Und ja, ich kann das jetzt so lange versuchen, wie ich möchte im Augenblick. Stand halten, Männer! Ich merke, wir überziehen gerade ziemlich gut. Deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal zurück. Speicher hier. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis gleich.